Frau Ipsilanti, der letzte Skandal dieser an Skandal nicht armen Regierungen ist der über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Es gibt eine neue Bewegung gegen Atomkraft. Wird diese Bewegung so stark werden, wie wir sie kennen? Warum ist das ein solcher Skandal eigentlich? Es ist eigentlich eine alte, neue Bewegung. Wenn man sich die Zusammensetzung von den Demos anzieht, dann sieht man, dass da Menschen dabei sind, die schon seit Beginn der Anti-Atomkraft-Bewegung dabei waren. Das sieht man dann auch am Alter. Und die sind immer noch dabei. Die haben ja geglaubt, sie hätten irgendwie jetzt endlich mal einen Teilsieg errungen mit dem Ausstiegsvertrag, den die rot-grüne Regierung mit der Atomlobby getroffen hat. Und jetzt muss ich feststellen, haha, war alles nichts. Und dann sind wieder die Jungen dabei, die Aufgeweckten. Die wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Die wissen, wie gefährlich Atomkraft ist. Und die wissen, dass es um ihre Kinder, um ihre Kindeskinder und über die nächsten 100.000 Jahre verstrahlte Landschaften geben kann mit Atom. Und deshalb ist die Bewegung jetzt sehr breit. Das ist sehr erfreulich. Ob sie im Endeffekt trägt, das weiß ich auch nicht. Sie sagen ja, es geht hier nicht nur um die Frage der Laufzeitverlängerung, die an den Medien groß und breit diskutiert wird, sondern es geht auch um eine Frage, in welchem Rechtsstaat wir eigentlich leben. Denn es hat ja Verträge gegeben. Die Frage ist, Atomstaat oder Rechtsstaat, wie das mal in einem Aufruf zugespitzt war. Denn es gab, wie Sie sagen, einen Vertrag. Der wurde lange ausgehandelt. Und die Atomlobby hat für diesen Vertrag was bekommen. Nämlich bis heute hat sie 50 Milliarden Euro gespart. Durch den Verzicht der Bundesregierung A auf die Brennelementesteuer, B auf die Versicherung aller Atomkraftwerke. Es muss immer nur eins versichert werden pro Unternehmen. Und die Rückstellung, die Gewinne, die müssen nicht versteuert werden. Und da können die Atomunternehmen frei mit wirtschaften, zum Beispiel die Kraftwerke der Kommunen aufkaufen. Es hieß ja ursprünglich, die Atomkraftwerke müssen irgendwann abgeschaltet werden, weil sie einfach alt werden, weil das Material ermüdet, weil die Technik alt wird. Und es ist natürlich eine Frage der Sicherheit, gerade bei Atomkraftwerken. Auf einmal sind sie sicherer geworden. Was ist passiert mit den deutschen Atomkraftwerken? Nein, diese Sicherheitsfrage der alten Atomkraftwerke wurde ja überhaupt nicht geklärt. Wir haben zum Beispiel in Hessen ja jetzt den Skandal, dass es eine Untersuchung gab, die bestätigt von einem renommierten Öko-Unternehmen, aber trotzdem eine richtig gute wissenschaftliche Untersuchung, die sagt, 80 Mängel an Biblis A. Und es gibt keine Antwort darauf, ob diese Mängel jetzt beseitigt werden müssen, welche Mängel beseitigt werden müssen. Es ist ein Schrottreaktor. Und da wir natürlich eine CDU-Regierung in Hessen haben, wird die Atomaufsicht, die ja beim Land liegt, wahrscheinlich nicht viel tun, diesen Reaktor sicher zu machen. Und das ist auch ein Skandal. Eigentlich, da der Vertragspartner Atomlobby den Vertrag gebrochen hat, hätte man eigentlich überlegen müssen, jetzt muss geklagt werden. Und stattdessen verhandelt man neu. Es sind die alten Sicherheitsprobleme, über die wir reden, die schon seit Jahren eine Rolle spielen. Es gibt aber durchaus auch neue. Vor einigen Tagen gingen die Meldungen durch die Presse, dass es einen Computervirus-Angriff gegeben hat auf ein Automkraftwerk in Iran. Wird sowas eigentlich in Deutschland diskutiert? Also die sicherheitsrelevanten Fragen sind ja vielfältig. Wir haben sonst nur über Erdbeben gesprochen. Wir haben über Sicherheit bei Flugzeugabstürzen gesprochen, was zum Beispiel in Biblis eine große Rolle spielt. In den alten überhaupt. Dafür haben die keine fest genug breite Decke. Und jetzt kommt natürlich die Sicherheitsfrage durch die ganzen Hacker- und Softwarefehler dazu. Und die Atomlobby sagt, unsere Kraftwerke sind sicher, aber wie das ausgehen kann jetzt im Iran haben wir ja gesehen. Und ich glaube, dass diese Fragen nicht genug untersucht worden sind. Was also tun? Was also tun? Ja, also es ist schon so, dass die Atombewegung sich weiter mobilisieren muss. Ich habe nur im Moment das Gefühl, dass sie am kürzeren Hebel sitzt. Aber ich finde es auch sehr bedenklich, dass die Medien jetzt nicht mehr diesen Skandal skandalisieren, sondern dass wir jetzt schon wieder übergehen zum Tagesgriff und sagen, wie teuer sind denn die erneuerbaren Energien? Die kosten uns doch viel zu viel Geld. Es wird unterschlagen, dass wir Milliarden, wirklich Milliarden an Steuergeldern überhaupt in die Atomindustrie gesteckt haben. Und wir diesen Skandal eines Rechtsbüros einfach nicht mehr thematisieren. Ich weiß nicht, wie gut die Katten sind in der Opposition. Es soll ja geklagt werden. Ich habe da große Bedenken. Der Skandal liegt in der Regierung. Wir gucken uns die … uns ja auch in der Zeit noch einmal anbauen. Und dann können wir die die Augen. Und jetzt werden wir uns das Wasser vermitteln. Und du als Hausnack zu gespann wird es auch schon dann ist. Und so, in das Wasser zu vermitteln können. Untertitelung des ZDF, 2020